Moin und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der 1.5. Sektion der Formationsdata am Freitag, dem 27. März 2015 und Freunde, bevor wir gleich miteinander aus technischer Sicht auf den DAX schauen, auf andere mögliche Setups bei Aktien, einen Blick drauf werfen, möchte ich mit Ihnen etwas aus edukativer Sicht in puncto Trading Anatomie besprechen. Und eben gerade als ich nämlich aufs Datum geguckt habe und gesehen habe, heute ist Freitag, wie so ein monosynaptischer Reflex, war der erste Gedanke, okay, ab heute Nachmittag geht es also wieder darum, späten Nachmittag, dass ich die deutschen Werte durchschaue und Samstag geht es weiter mit den US-amerikanischen Aktien und Indizes, wenn die dann nämlich geschlossen haben, damit ich in der nächsten Woche wieder vorbereitet in den Markt gehen kann. Die Wochenenden sind also sehr wichtig, um eine hoffentlich erfolgreiche Handelswoche zu haben. Typischer Fehler, den Kleinanleger machen, die schalten am Montag den Rechner ein und denken sich, na was wollen wir denn traden, oh guck mal Euro-Dollar ist hoch, kann man den jetzt kaufen, na mal gucken, was schreibt denn der und was schreibt denn der und steht da noch was im Forum und was ist mit dem DAX eigentlich. Das heißt, man geht in den Markt und hofft, dass einem irgendetwas in die Hände fällt und das, was einem dann aber in die Hände fällt, ist häufig kein einfacher Setup, sondern das ist vielleicht ein schwieriges Setup. Wenn man sich aber die Zeit nimmt und die Mühe macht und ganz viele Assets sich vorher anguckt, dann hat man in der Tasche die einfachen Sachen und dann sagt man, naja, die schweren sollen die anderen traden, ich will lieber die einfachen Sachen traden. Jetzt werden sie sagen, ja ich weiß doch gar nicht, wie ich den Markt selber analysieren kann, ja, aber wenn sie den Markt selber nicht analysieren können, wie wollen sie ihn denn handeln? Sie kennen also die Verkehrsregeln, ich wissen nicht, wie das Auto anspringt, aber sie wollen es fahren. Funktioniert nicht. Wenn sie die Analyse nicht machen können, dann müssen sie sich ausbilden lassen, meine Meinung. Das zweite ist, es gibt aber auch durchaus Marktteilnehmer, die es können, aber diesen Schritt nicht gehen, dann schaltet man den Rechner ein und versucht dann loszutraden. Das ist deutlich schwieriger, ob sie es glauben oder nicht, erfolgreiche Trader sind extrem disziplinierte Menschen und diese Disziplin hilft dir, einfache Setups zu finden. Wir haben, und da kommen wir jetzt auf den DAX zu sprechen, miteinander gestern darüber gesprochen gehabt, nee, lassen Sie uns doch nochmal kurz auf den Tag schauen, entschuldigen Sie das hin und her. Also, der DAX hat ja gestern mit einem offenen Kursstück geöffnet, ist nochmal abverkauft worden, da waren wir so um die 11.620, als wir auf den DAX geschaut haben, ich weiß ob sie die gestrige Ausgabe geguckt haben und hat ihm gesagt, Mensch, wir sind unterhalb der 20-Tage-Linie, das ist eine offene Kurslücke, aber der Drops um die 20-Tage-Linie ist noch nicht gelutzt. Der Markt hat durchaus das Potenzial, heute nochmal zurückzukommen, denn wir haben nicht nur die horizontale Unterstützung bei 11.600, sondern wir haben auch hier eine mehrfache Unterstützung. Aufsteigende Trendlinie ist seit zwei Monaten valide und das können Sie sich bitte auch aus edukativer Sicht merken, wann immer eine Trendlinie einmal, zweimal, dreimal berührt wurde und dann lange, 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 lange Zeit nicht berührt wurde, dann ist es eher selten, dass diese Trendlinie sofort bricht, weil sie noch Kraft hat. Und wenn dann noch dazu die 200-Tage-Linie dazukommt, in der Nähe eine horizontale Zone ist und wir hatten gesagt, wir müssen zumindestens verdächtigen, Widerstand, 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 dass wenn wir den hier runter kopieren, dass hier Unterstützung, Unterstützung und hier auch noch Unterstützung ist, eine dreifache Unterstützung. Und was hat der Markt hier gemacht? Der hat ja hier eine Low Base gebildet, also eine bayerische Seitwärtskonsolidierung. Aber immer wenn der Markt hier zurückkam, gab es genügend Marktteilnehmer, die diese Unterstützung kaufen wollten, weil so viele Unterstützung waren und deswegen sind Cluster sehr interessante Zonen, weil vielleicht hat der eine nur die Linie, der andere hat die Linie, die andere sieht die 200-Tage-Linie, der andere sieht alle Linien und je mehr Unterstützungen da sind, desto mehr Marktteilnehmer erkennen sie und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer Gegenbewegung und darüber hatten wir miteinander gesprochen, dass A, der Börsenbär kein vernunftbegabtes Wesen ist und der kann auch einfach nach unten übertreiben, doch wahrscheinlicher ist, dass wir eine Gegenbewegung machen, wir hatten genau miteinander darüber gesprochen gehabt, dass wir hier im Bereich der 11.920 bis 11.950 eine Widerstandszone haben, die man dann nutzen kann, um etwas auf der bärischen Seite zu tradern, als aber wieder etwas für kurzfristige Trader. Wenn ich mir so diesen Chart angucke, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das guckt mir jedes Mal in den Augen weh, denn wann immer ich einen Chart sehe, in dem zu viele Linien sind, sage ich auch immer den Absolventen unseres Mentor-Programms, sage ich, Leute, wenn ihr mir einen Chart schickt und dann sind irgendwie auf, keine Ahnung, 10 Quadratzentimeter, 6 Linien, dann muss man zumindest verdächtigen, dass ihr nicht wisst, was im Markt los ist. Ihr braucht nicht so viele Linien, jetzt habe ich selber so viele, in diesem Falle brauchen wir sie aber wirklich und ich würde sie sehr gerne bald loswerden wollen, ich will nochmal zeigen warum. Schauen Sie, wir hatten hier eine steile aufsteigende Trendlinie, die war hier Unterstützung und jetzt ist es dort Widerstand und wir haben eine trendbegrenzende Linie, die haben wir bullish aufgelöst, Unterstützung, Unterstützung und jetzt ist es Widerstand. Also diese roten Linien brauchen wir, dann haben wir diese fallende trendbegrenzende Linie seit dem Allzeithoch, hier haben wir einen Abwärtstrendkanal gebildet und deswegen ist das hier eine sehr signifikante Widerstandszone, die sich erstreckt zwischen 11.940 bis an die 12.000, am besten man merkt sich die 12.045 und wenn der Markt es schafft, durch diese Widerstandszone durchzugehen, dann kann er nämlich wieder in Richtung Allzeithoch laufen, vielleicht ein bisschen darüber hinaus, das wäre aber, Achtung, meine Meinung, dann das Potenzial, was der Markt nach oben machen kann. Linie hin oder her, das ist eine Bullenflagge, das ist die Stange und das ist die Flagge. Rein technisch ist das hier wahrscheinlicher, aber wir haben hier sehr, sehr viel Widerstand nach oben. Nach unten hin ist es auch nicht ganz so einfach. Fallen wir dann irgendwann mal unter diese aufsteigende Trendlinie, die läuft aktuell so um die 11.700, dann sind die Ziele 11.600, 11.500 und wenn ich Ihnen das über den Tag zeigen darf, dann hier 11.600 und dann hier 11.420, das sind dann so die Ziele, die wir nach unten haben und der Markt hat wieder das Potenzial, nochmal eine stärkere Gegenbewegung zu machen. Ich sage Ihnen ja, ich glaube und es verdichten sich die Zeichen, dass der Markt hier übergeordnet in Richtung 11.100 laufen möchte, aber ein klares Setup haben wir nach wie vor nicht. Man könnte auch einfach sagen, das ist ein Bull Pullback an die 20-Tage-Linie und der Markt könnte hier Potenzial entwickeln, weiter nach oben zu laufen. Deswegen hatte ich gesagt, ja, hier interessante Zone, ich würde es nicht traden wollen, weil ich es schwer finde und in der Tasche habe ich noch was Einfaches, was ich lieber traden würde. Das zeige ich Ihnen auch gleich. Vorher möchte ich Ihnen nochmal den Nasdaq 100 zeigen. Stimmt gar nicht, verzeihen Sie bitte, ich möchte Ihnen den Nasdaq Composite zeigen. Also, der Composite hat hier eine bärische Keilformation über den Tag bärisch aufgelöst und gleichzeitig nicht sauber. Ist das hier eine Art Doppeltop? Hier ist die Nackenlinie, da sind wir auch durchgegangen und falls der Markt noch ein bisschen höher kommt, dann würde er uns ein schönes Chancen-Risiko-Verhältnis geben, dann mit dem Widerstand der fallenden 20-Tage-Linie. Hier in diese Richtung zu gehen, 4750 mit dieser mittelfristigen aufsteigenden Trendlinie oder möglicherweise Kreuzunterstützung 4660 mit der 200-Tage-Linie hinzulaufen, das fände ich persönlich interessanter und noch einfacher finde ich es dann, nicht etwas zu traden, was in einem übergeordneten Aufwärtstrend ist, sondern etwas zu traden, was in einem übergeordneten Abwärtstrend ist, nämlich APO, Apollo Global Management. So, wie kommen wir auf diese Aktie nochmal? Wir screenen die US-amerikanischen Werte nach fundamentalen Daten und die, die fundamental schwach sind, die kommen auf die Bärenliste. Also kommt APO auf die Bärenliste und dann gucken wir uns das technisch an und sagen, ach guck mal, das ist ja ein Abwärtstrend und guck dir das mal an, das ist die Stange, das ist die Flagge, die ist schon bärisch aufgelöst worden und wir haben Volumen auf der bärischen Seite. Also offensichtlich war das eine signifikante Unterstützung, die gebrochen ist und falls der Nasdaq und die US-amerikanische Unisys eine Gegenbewegung machen wollen und entsprechend auch APO diese Gegenbewegung macht, dann wäre es doch durchaus interessant, hier so hier, hier so 21,50 etwas auf der bärischen Seite aufzubauen und das Ziel wäre dann hier im Bereich der 20 bis 20,30, hier ist auch die 200-Wochen-Linie. Chancen-Risiko-Verhältnis vielleicht 1,25, 1,3 zu 1, ist okay, ist jetzt nicht großartig, aber eine hohe Wahrscheinlichkeit. Deswegen APO deutlich interessanter als der Nasdaq und der Nasdaq wiederum interessanter als der DAX und dann muss man noch sagen, bei den europäischen Werten hatten wir miteinander besprochen, Puma, Dreieck, eigentlich bärischer Wimpel, das ist die Stange, das ist das Dreieck, da sind wir gerade dran. Da möchte ich ehrlich gesagt in aller Ruhe abwarten, wo Puma schließt, mit wie viel Volumen Puma möglicherweise unterhalb dieser Trendlinie geschlossen hat und entweder kriege ich den Einstieg am Montag oder am Dienstag oder wenn der einfach durchläuft, dann sage ich ja, weißt du was, andere Aktien haben auch schöne Setups und sich dann hier ganz bewusst Zeit lassen. Und weil unsere Zeit es uns erlaubt, möchte ich Ihnen noch etwas aus edukativer Sicht zeigen und zwar muss ich das nur kurz finden, finde es nicht, aber ich glaube die Baueraktie hat Kürzel B5A, ja da ist sie. Also, Baueraktie will Ihnen folgendes zeigen und zwar haben wir hier extrem viel Volumen im Bereich einer Widerstandszone, ehemals Unterstützung, heftig abverkauft worden, jetzt potenzieller Widerstand und wir hatten ja miteinander die letzten Tage immer wieder darüber gesprochen, Leute, wenn ein Markt läuft und läuft und läuft und läuft und da kommt ein Doji und da ist viel Volumen, dann ist das eine potenzielle Umkehr. Und ich hatte Ihnen gesagt, es muss aber nicht heißen, dass es dann nicht weitergehen kann. Und hier sieht man es auch, Markt hat Potenzial weiter zu laufen, das war aber ein erstes Vorsichtszeichen. Am Ende lösen wir diese Keilformation bärisch auf und sind jetzt aber auch wieder im Bereich einer jetzt bestehenden Unterstützung. Der langen Rede kurzer Sinn, Moment, um das mal abzurunden, wenn wir schon auf die Baueraktie schauen, warten Sie, zeige ich Ihnen auch nochmal. Wir sind ja im Bereich einer Widerstandszone, wir hatten nämlich hier auch eine bärische Wimpelformation, das ist die Stange und schauen Sie mal, eine Konsolidierung kann ganz schön lange dauern. Dreieck, bärisch aufgelöst worden, Widerstand, 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 wir sind gerade am Widerstand, dazu noch ein bisschen Platz allerdings, kommt noch die 200 Wochen Linie, also es ist auch schon eine übergeordnete Widerstandszone, wo die Baueraktie angekommen ist, aber der langen, langen Rede kurzer Sinn, wenn der DAX, das zeige ich nur aus edukativer Sicht, über den Wochenchart, eine Doji-artige Kerze macht, die viel Volumen hatte und, das habe ich auch noch entdeckt, muss ich Ihnen zeigen, Widerstand, 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 hoppala, das ist doch schon ziemlich am Widerstand, wenn der hier eine Doji-artige Kerze mit viel Volumen macht, ist es ein Indiz dafür, dass der Markt möglicherweise einen größeren Pullback machen möchte, der muss das nicht machen, deswegen habe ich Ihnen diese Baueraktie rausgesucht, es ist nur eine Information und wir brauchen noch mehr und noch weitere und noch Mosaiksteintchen, damit dann das ganze Bild passt und wir sagen können, ja, jetzt haben wir so langsam eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit noch ein Setup, um das hier runter zu traden, damit danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, möchte Ihnen selbstverständlich sagen, nachher ist Silvio für Sie da mit einer Ausgabe zum S&P 500, wenn Sie seine gestrige Ausgabe nicht gelesen haben, schauen Sie sich das bitte an, das ist eine sehr schöne Beschreibung, was wir mittelfristig beim S&P 500 erwarten können und Sie wissen, der S&P 500 ist die Mutter aller Indizes, das ist etwas, was auch für mich total hilfreich ist, um einfach mal so einen Gesamtüberblick für den Markt zu haben und er hat natürlich für Sie auch heute eine Ausgabe, dann haben wir am Wochenende eine schriftliche Rohstoff-Tagesausgabe für Sie, da werde ich nicht mit einem Video für Sie da sein und am Montag geht es dann hier wie gewohnt bei den Einzelwerten weiter, wahrscheinlich dann wieder mit neuen Setups. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende, Moment, ich habe vergessen Ihnen mein Name zu sagen, mein Name ist Hamed Esna Ashaari.